so Mona beim üben mit Mia hallo Foris also zuerst habe ich hier Leckerchen klein geschnitten das ist wichtig dass die halt nicht so groß sind dass der Hund die schnell essen kann und ein paar wissen das von euch vielleicht dass ich mit Klicker arbeite da gibt es verschiedene ich nehme immer einen ganz leisen bei Mia muss ich eventuell auf den Lauteren noch umschwenken ich nehme also ein paar Lecker stecke mir die ein ein paar lasse ich in der Hand Mia komm her so ist fein Mia Fuß Fuß sie sitzt jetzt noch ein bisschen schief später soll sie gerade sitzen aber für erst mal reicht mir das wenn ich sage Fuß soll sie mich angucken und fürs angucken klicke ich dann und nach dem Klick kriegt sie immer ihren Keks Mia Fuß das war jetzt richtig gut da kriegt sie dann ganz viele Leckerchen weil so soll sie sitzen im Idealfall dass sie mich ein bisschen berührt am Bein und natürlich mich anguckt Mia sie guckt mich an obwohl ich die Leckerchen da drin habe das ist wichtig für später sitz nein ist gut komm her hoch sitz bleib bleib komm her sitz ich gehe jetzt gleich einen Schritt vor sie soll sitzen bleiben und selber die Grundstellung finden Fuß super also das hier ist die Grundstellung wenn der Hund so ist das hat sie jetzt schon gut gemacht das üben wir jetzt gleich nochmal aber ich glaube ich kann nicht dich da komm mit komm mit Mia Sitz also Fuß hier hier nein so ist brav nein Mia Mia Fuß lass das so ist Sitz 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 Mia Fuß Klasse das machst du schon richtig toll prima später wenn sie das besser kann gehe ich einen Schritt mit ihr also wenn sie das ganz sicher findet auch von schräg Mia komm dann gehe ich mit ihr einen den ersten Schritt zusammen ungefähr so Mia Fuß super und dann werden das später zwei Schritte und mehr Schritte bis das richtig toll klappt Mia geh mal hier rauf fertig sieht das dann so aus Kaya Fuß Kaya Fuß und du gehst da rauf bleib Kaya Fuß 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 schenkst du mir Mia rauf bleib da das ist nicht lustig Fuß so Mia zwingt mich zum aufhören kannst stoppen jetzt verbrüllst du Mia dafür dass sie wieder runter gegangen ist oder was nein lass Mia in Ruhe nein nein die arme Mia nein 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 Hilfe nein ich wollte dir doch helfen Hilfe Hilfe managing 사고 被開 condemn 1982 rea 5 6 1